Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Paladins. Wir werden in dieser Folge wieder einen neuen Charakter ausprobieren. Mal sehen, wen wir erwischen. Ich bin gespannt und ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Die Ladezeit soll mal vorbeigehen. Komm schon. Hallo. Die Schweine haben mich wieder rausgeworfen. Na, geh doch. So, probieren wir mal Sky. Oha, hallöle. Ein Ninja. Und natürlich gibt's Brustphysik. Ich hab jetzt nur im Namen der Wissenschaft geguckt. So, Sky, das heißt Schlange. Das heißt Unterstützung quasi. Also Unterstützung. So was wie ein Scharfschütze. Oh, unsere Feinde sind auf Schaden und auf Tanks, wenn ich das richtig sehe. Und wir sind... Und wir sind... Ich kenn jetzt nur... Tyra... Die anderen sagen mir jetzt gar nichts. Und Rogos, genau. Okay, wird vielleicht was. Wer weiß es. Einfach ausprobieren. Wenn das Laden mal vorbei ist. Oh Gott, Tyra's Spieler. Ich hab anstatt Breaddown-Gitarre... Ich hab anstatt Breaddown-Gitarre. Schwangere Gitarre. So weit ist es mit mir schon gekommen. Ein Zuckabus vom Bier. Irgendwas, was ich nicht weiß. Ein roter Stein. Ah, da ist wieder lange. Redet doch mit mir. Warum redet niemand mit mir. Ich fühl mich alleine. Achso, jo. Ich hab die Teamchat aus. Das könntest erklären. Geh einen guten Blick. Ich werde nicht hier lange sein. Was ist das? Ninja der Dritte. Ah, drei. Achso, das ist was anderes. Das ist nur ein Deck. So, Zeitbombe. Wirf eine Bombe. Wow. Armbus, direkter Schaden. Giftbolzen. Für drei Bolzen. Hahaha. Okay. Nebelwand. Verborgen. Okay. Wir haben einen Schmetterling im Team. Yay. Cyber Ninja. Und Schmetterling und Drache. Have fun. Dankeschön. Euch auch. Ach, verdammt. Ja, ich muss sagen, die spielt sich nicht schlecht. Ich war jetzt nur da, um die ein bisschen abzulenken. Die nehmen das ein, da können wir nichts dagegen machen. Die nehmen das ein, da können wir nichts dagegen machen. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das schaffen. Komm schon! Ja, lauft alle dran vorbei! Ah, Schaden! Also, Schaden habe ich auch bekommen, aber ich meine, schade. Komm schon, ich habe das Ding jetzt fast bis zum Ende geschoben. Baut keine Scheiße, mach das! Mach das Ding da rein! Scheiße, festgang! Das wird keine einfache Runde, der Kampf ist hart. Ich habe die Gegner auch. Ja, schade! Ja, schade! Ja, schade! Ich bin der Hand da. Ja, schade! Das geht nicht. Ja, schade! Ich bin erinnernd. Nein! Egal, wir haben einen Punkt gemacht. Ein Punkt haben wir, der Gegner aber auch, verdammt. Ich sehe nicht ein, dass das meine erste Niederlage sein soll. So, jetzt reißt euch mal am Riemen, das kriegen wir hin. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Kein Bunny-Hobbing-Pussy. Das ist noch nicht bereit. Ich kann das nicht tun. So viel mehr zu lernen. Komm schon. Oh, schwer. Ich will den Punkt haben. Ja! 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 Komm schon! Ja! Das war doch gut gewesen. So, komm, den Punkt nehmen wir uns jetzt auch noch. Genauso wie den ersten. 5,4,3,2,1. 5,4,3,2,1. Always up for a ride. 5,4,3,2,1. 5,4,3,2,1. Wir sind der Gott des Todes. Ja! 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 Ich habe dir ein Besonderes. In der Zeit. Oh yeah! Cool! Ja! Alter, diese Rolle haben wir aber echt... Haben wir echt gerockt. In dieser Rolle haben wir gerockt und in dieser Runde. Bester Flankierer. Bester Flankierer. Schade, wir sind da nicht dabei. Ach, schade. 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 Wow, 23 Eliminierungen. Wow! Grover. Ach, wir haben was für Grover freigeschaltet. Ach ja, es gab eine Axt. Waldverwüster 3000 von einem Baum. Okay. Der Bomb King. Bomb King! Wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge gekämpft. Kann das sein? Ah, diese komische... Äh... Fledermaus wollte ich sagen. Ja, genau. Das sieht aus wie eine Fledermaus. Die ist neu. Okay. Inara, gab's die schon vorher? Die sagt mir jetzt gar nichts. So, dann öffnen wir mal die Truhe. Und gucken, was es gibt. Ebbe und Flut. Eine Rüstung. Für den komischen Vogel da. Okay. Makoa. Vogel, äh, ja. So sehen Vögel meiner Fantasie aus. Viktor. Hat eine Karte bekommen. Okay. So, Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschau. Blob. Blast ein. Hallo. Dr.